Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Alkuchen. Heute wieder hier an diesem Waldrandstück, Feldding, wie auch immer unterwegs. Ihr fandet es eigentlich ganz geil, deswegen bleibe ich wahrscheinlich jetzt erstmal hier. Ja, in diesem Video, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das nenne, das ist eigentlich so ein Video, wo ich euch einfach mal wirklich danken möchte, wo ich so ein bisschen über meine Situation einfach reden möchte, weil es läuft ja momentan halt einfach alles momentan mega gut und ich weiß natürlich auch, dass ich das euch zu verdanken habe. Und ja, bei mir ist es halt so, dass ich irgendwie in letzter Zeit irgendwie auch so öfter so über mein Leben nachdenke und ja, so darüber, wie das Ganze eigentlich so gelaufen ist. Denn man muss ja eigentlich sagen, dass ich ja so an sich, was mein Leben angeht, ich eigentlich ja so circa richtig viel eigentlich verkackt habe so, schon in jungen Jahren direkt. Also ich sage mal ganz ehrlich, was ich euch auch als Tipp mitgeben kann, Schule ist wichtiger, als man denkt. Ja, ich weiß, das klingt total dumm, wenn der alte Opa das sagt mit 25, ja moin. Aber Schule ist halt extrem wichtig und heute ärgere ich mich zumindest so ein bisschen, darüber, dass ich zum Beispiel nur den Realschulabschluss gemacht habe. Danach bin ich ja auf eine BBS gegangen, weil ich halt nichts anderes gefunden habe. Ja, mit 16 schon gar keine Perspektive gehabt eigentlich. Ich meine, ich war jetzt kein arbeitsloser Penner, der zu Hause sagt, ich habe schon immer was gemacht, ne, aber halt auch nichts mit Zukunft so. Und dann statt, dass ich mir wenigstens da gesagt habe, okay, ich versuche wenigstens den Erweiterten zu kriegen, dass ich halt was habe, ja, war das ja eigentlich verschwendet so. Ich habe ein bisschen programmieren gelernt, wovon ich gar nichts mehr weiß und das war es im Grunde eigentlich. Der Rest hat mir da halt überhaupt nichts geholfen, so, außer vielleicht ein bisschen das Wirtschaftsding. Ich kenne jetzt so ein paar Formen, so GmbH und so, da weiß man ein bisschen was. Aber, äh, das war es auch eigentlich schon. Ähm, danach habe ich ja erstmal so eine, so eine Maßnahme von der ARGE gemacht, wo ich dann ja, ähm, irgendwann mein FSJ gemacht habe im Kindergarten und dann hatte ich ja dann halt meine Ausbildung zumindest zum Sozialassistent, wo ich ja dann Erzieher machen wollte. Ähm, ja, und dann bin ich ja glücklicherweise in die Position gekommen, dass ich halt von YouTube leben konnte. Aber ja, schon da habe ich halt sehr viel liegen gelassen. Sozialassistent bzw. Erzieher wäre zwar so mein Traumberuf gewesen, aber wäre natürlich auch so vom Finanziellen her, ja, nicht das Krasseste gewesen auf jeden Fall, was man gefunden hätte, muss man ja einfach mal so ganz offen sagen. Ähm, und dann hätte man natürlich einen ganz anderen Lifestyle als jetzt. Und, äh, genau. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich momentan halt so von YouTube lebe und ich finde das auch einfach mega krass eigentlich, wie sich mein Leben halt so entwickelt hat. Also, ich meine, ich bin jetzt seit Anfang 25. Ich habe schon früher immer gesagt, also mit 17, 18, 19, dass ich auf jeden Fall auch früh Vater werden will. Und, äh, das bin ich ja dann auch mit 24 geworden. Und alleine das ist halt schon so richtig glücklich eigentlich, dass das tatsächlich alles, äh, ja, eigentlich so gekommen ist, wie ich das halt immer haben wollte. Ähm, dann finde ich das auch mega krass, weil ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich jetzt, ähm, mir gerade ein Grundstück suche mit einem Kollegen. Wir wollen dann zwei Familienhaus draufbauen. Und das halt einfach mit 25 so. Ich meine, mit 25 haben andere noch nicht mal ihr Studium beendet. Manche sind gerade fertig mit der Ausbildung. Ähm, oder fangen vielleicht doch gerade erst eine an, wenn die so ein bisschen Pech hatten im Leben. Ähm, und ich bin einfach so weit, dass ich jetzt sage, ja, Digga, ich baue jetzt einfach ein Haus. So, und es ist auch nicht so, dass ich mir irgendeins kaufe, was schon da ist, irgend so ein älteres, sondern ich will ja dann schon ein modernes Haus halt einfach haben. Ne, jetzt nicht so ein ultra krasses Haus. Meine Hose geht immer weiter kaputt. Digga, Hugo Boss, kann ich nur sagen, schlechteste Qualität ever. Kaufe ich auch nicht mehr. Außer die machen mir Placement Cloud oder so. Dann vielleicht nochmal. Ähm, genau. Und alleine das ist halt natürlich mega krass. Auch wenn ich halt so daran denke, ich habe mir ja mein Auto, also ich habe ja ein A7, das weiß man ja eigentlich, ähm, den habe ich mir geholt. Da war ich, glaube ich, da war ich, glaube ich, 23, ne? War ich da 23? Ja, genau, das war im Januar letzten Jahres. Da war ich noch 23. Und das ist halt auch heftig, weil wer fährt mit 23 oder überhaupt im Leben mal so einen neuen A7, so fast voll ausgestattet. Da fehlen wirklich nur so Kleinigkeiten, die man noch hätte reinsetzen können. Und das ist halt wirklich mega krass, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil so viele Leute im Leben haben einfach gar nicht die Möglichkeit, sowas zu haben. Oder das ist vielleicht so deren größter Traum. So, da sparen die halt so jahrelang drauf. Und bei mir war das halt wirklich so, dass ich mit dem A6 nicht zufrieden war. Dann bin ich zu Audi gefahren. Der stand da einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme den so. Und dann hatte ich den halt eine Woche später. Und das ist halt so ein krasses Privileg einfach, was man hat. Und keine Ahnung, ich meine, andere YouTuber sagen das vielleicht immer, aber ich bin wirklich einfach ja jeden Tag wieder glücklich darüber, dass ich halt die Möglichkeit habe, einfach mit ein paar Videos, die ich mache, und natürlich noch Livestreaming halt so viel Geld zu verdienen, dass man sich halt einfach sowas leisten kann. Wenn ich es überlege, ich hätte halt jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich YouTube nicht gehabt hätte, sagen wir mal, ich hätte mich für die Ausbildung entschieden und die hätten gesagt, gut, dann darfst du gar kein YouTube mehr machen, dann wäre ich halt jetzt gerade mit dem Erzieher fertig geworden dieses Jahr. Das heißt, ich hätte danach wahrscheinlich, oder das wäre zumindest der Plan gewesen, Grundschullehramt zu studieren. Und das hätte halt auch nochmal wahrscheinlich irgendwie 5, 6 Jahre oder vielleicht bis ich wirklich arbeite 7, 8 Jahre vielleicht gedauert. Dann wäre ich halt mit 32, 33 erst ins Berufsleben eingestiegen. Gut, ich hätte zwar schon zumindest eine Ausbildung gehabt, aber dann hätte ich halt erst mit 32 hätte ich angefangen zu arbeiten. Das muss man sich halt einfach mal überlegen. So, ja, und jetzt mit 25 läuft das Ganze auf jeden Fall schon deutlich besser. Und das finde ich halt auch mega krass, weil auch zum Beispiel, dass dieses YouTube-Ding halt überhaupt läuft, das sah ja am Anfang halt auch nicht so wirklich so aus. Also erstmal natürlich mein Content generell, also wenn ich jetzt anfange wieder davon zu reden, und dass ich da 5 Jahre lang Bilder irgendwie in den Vordergrund gepackt habe, also da könnte ich mich erstmal komplett drüber ärgern natürlich. Aber auch wenn man das mal so weglässt, so mein Content am Anfang, es war ja nicht so, dass ich so, keine Ahnung, wie man das so kennt zum Beispiel, oder wie ich so zum Beispiel das Gefühl hatte, weißt du, so ein Al Bladi zum Beispiel, also Viktor, ne, auf seinem Real-Life-Kanal, der hat irgendwie 5 Videos gemacht, hatte die 100.000, irgendwie Simon Desfield, da habe ich auch so das Gefühl, der hatte 5 Videos, der hatte direkt 10.000 Abonnenten, ne, die Außenseiter sind irgendwie auch sehr schnell durch die Decke gegangen. So, und dann gibt es halt so einen Kuchen-TV und ich hatte, glaube ich, schon 80 Videos oder so, da hatte ich, glaube ich, 200 Abonnenten oder so, ja, also auf meinem Kuchen-TV-Kanal, auf Kuchen-Geschmack, meinem Let's Play-Kanal, da will ich gar nicht von anfangen, ich glaube, da hatte ich, Digga, lass mich lügen, wie viele Abonnenten, wie viele Videos hatte ich, glaube ich, 400 oder so und hatte vielleicht 200 Abonnenten und die Videos hatten auch 10 Klicks, also, ja, der, der, äh, ja, bekannte Boss einfach, ich wollte was anderes sagen, mir fällt das Wort leider gerade nicht ein, und genau bei mir lief das halt eigentlich nie so krass, ich weiß auch noch ganz genau, ich war mal im Skype-Gespräch mit einem Kollegen, den kennt ihr auch noch, Chris, der hat auch meine, äh, meine Car-Porns gedreht, von dem A6 und dem A7 und der meinte irgendwann so, ja, Digga, stagnierst ja ganz schön bei so 3000 Abos, ne, und, äh, dachte ich auch so, ja, er hat schon recht, ne, dann, den Tagen hatte ich halt schon längere Zeit nur so 10 oder 20 Abos vielleicht gemacht, und dann dachte ich auch so, ja, ah, das war's irgendwie schon wieder, ne, aber irgendwie hat man dann so ein, zwei Videos gemacht, das war noch vor dem Paulaner Video, die dann wieder das ein bisschen ins Rollen gebracht haben, ne, und dann mit dem Paulaner Video ging's ja dann zumindest etappenweise halt immer weiter höher, und, äh, das ist halt mega krass, auch wenn ich so überlege, also zum Beispiel auch mit der Ausbildung, die ich halt hatte, die hab ich ja quasi wegen YouTube verloren, und damals sagte ich mir, oder ich sag mal, wahrscheinlich meine Mutter dachte das mehr als ich, so, scheiße, was macht der, ne, jetzt sitzt der halt komplett ohne alles da, und, äh, ja, heute, glaube ich, ist sie relativ glücklich, dass ich den Weg gegangen bin, also, es läuft ja einfach sehr, sehr gut, ähm, aber ich hab mir damals auch so gedacht, scheiße, ne, jetzt musst du halt alles auf YouTube setzen im Endeffekt, und ich sag mal, das war ja irgendwie, ich glaub, da war ich 18 oder 19 oder 20, ich weiß gar nicht, ich glaub, da war ich schon 20, so, und mit 20 sich dann halt nur darauf zu verlassen, dass ein YouTube-Kanal läuft, der zu dem Zeitpunkt irgendwie 50.000 Abonnenten hatte, ähm, und ich sag mal, ich hab damit im Monat vielleicht 800 Euro verdient, also, ja, da hätten wahrscheinlich nicht viele gemacht, wobei ich auch sagen muss, gut, ist auch ein bisschen Pech gewesen, dass sie diese E-Mail, also, ich hatte noch ein Gespräch mit denen, und, äh, ja, ich hätte, hab die E-Mail bei iSurf bekommen, und, keine Ahnung, wer iSurf nutzt, so, ich auf jeden Fall nicht, hab das gar nicht mitbekommen, aber ich mein, im Endeffekt ist es irgendwo dann halt auch vielleicht Schicksal gewesen, weißt du, dass ich halt genau diese E-Mail nicht gelesen habe, weil, wer weiß, ich hätte die Ausbildung auf jeden Fall zu Ende gemacht, aber das hätte mir natürlich auch wieder Zeit genommen, die ich halt dann in YouTube und so weiter hätte, ähm, stecken können, ne, das darf man halt da auf jeden Fall nicht vergessen, und, ähm, genau, das finde ich einfach generell auch so heftig, ähm, ich hatte ja früher auch zum Beispiel, habe ich öfter gesagt, halt nicht so wirklich Freunde, also, ich hätte eigentlich kaum Freunde, um ehrlich zu sein, und, äh, zum Beispiel heute ist es auch mega krass, ne, weil ich so, die besten Freunde halt, die ich habe, habe ich halt alle durch YouTube kennengelernt, und das auch so krass, ne, zum Beispiel auch Manuel, äh, das war, glaube ich, 2015, äh, da habe ich sogar, das war kurz, nachdem ich meine Ausbildung verloren habe, ich habe letztens mal nachgeguckt mit ihm, ähm, da zum Beispiel ist es auch so, dass ich ihn durch Eiterbeule halt random kennengelernt habe, so, und dann sind wir auf einmal Best Friends, so, ne, wenn ich halt nie dieses YouTube-Ding gemacht hätte, oder mich vielleicht auch gar nicht dazu entschieden hätte, das hauptberuflich zu machen, dann hätte ich Manuel nie kennengelernt, ne, dann natürlich auch, so, Kev Wohli, die ich dann irgendwie durch, äh, durch, äh, durch Leute da kennengelernt habe, also, gut, Wohli habe ich durch Ernsting damals kennengelernt, den kenne ich von den ganzen Leuten schon am längsten, ich glaube, da hatte ich irgendwie so 3000 Abonnenten, wo ich den kennengelernt habe, oder so, auch mega lange her, ich glaube, Kev war dann Kollege von ihm, und, äh, dann, weiß ich gar nicht, Timo zum Beispiel auch, ne, auch mega heftig halt, ähm, der hat mich mal irgendwann angeschrieben, vor irgendwie 10 Jahren oder so, und wollte, dass wir eine LOL-Song-Parodie machen, da meinte ich so, nein, verpiss dich, weil ich mir auch so dachte, Alter, ich meine, ich rappe ja nicht mal, und plötzlich kommt da irgendwer an und denkt sich so, ja, hast du Bock, einen Song zu machen, oder was? War halt unangenehm, und dann, Kerne, es ist auch wieder so random, nur weil ich beim VBT mitgemacht habe, ich bin ja rausgeflogen in der, in der dritten Runde, und das auch so heftig, weil ich halt nur rausgeflogen bin, weil ich, ich wusste nicht, was ich gegen den Gegner schreiben soll, weil der halt so gar keine Persönlichkeit hatte, plus ich hatte auch niemanden, der das Video drehen konnte, und, äh, da bin ich halt rausgeflogen, und dann ist Timo gegen ihn gekommen, und dann hat er gefragt, ob ich ihm einen Hook mache, und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann ich halt machen, und dann hat sich halt so was Krasses da entwickelt, das ist halt heftig, ne, und genau das gleiche natürlich auch mit Gina, ne, also nur weil ich so diese Lawuhen Facebook-Fates gemacht habe, die dann irgendwelche Seiten bei Facebook geklaut haben, hat sie mich bei Facebook angeschrieben, und nur dadurch haben wir uns halt kennengelernt, ne, also wenn ich dieses YouTube-Ding nicht gehabt hätte, ähm, wäre mein Leben einfach wirklich komplett anders so, ne, und in jedem Bereich einfach, und das ist eigentlich so heftig, wenn du da mal so drüber nachdenkst, was mir so dieses ganze YouTube-Ding eigentlich so eröffnet hat, was ich für, was ich für coole Personen auch einfach kennengelernt habe, und wie krass einfach mein Leben so momentan ist, ja, ich meine zum Beispiel, ich habe jetzt auch mir zum Beispiel selber einfach, ähm, so dafür, dass ich jetzt ja diese ganzen Steuerschulden hatte, und Schulden bei Jero und so weiter, die sind jetzt ja alle abbezahlt, ich bin wieder YouTube-Partner, finanziell läuft es jetzt wahrscheinlich besser, also ich habe ja noch kein Geld bekommen, aber ich sehe es ja an den Einnahmen, natürlich läuft es besser, ich glaube, ich habe bei KuchenTV jetzt knapp 2000 Euro da stehen, äh, nach irgendwie eineinhalb Wochen, oder knapp zwei oder so, das ist in Ordnung, weil es sind auch viele Videos werbeunfreundlich, die ich hochlade, da gehen halt viele Klicks einfach verloren, ich denke mal, das wird sich aber irgendwann noch legen, ähm, aber zum Beispiel, da ist es auch so, ich habe jetzt einfach random mir gesagt, jo, ich bedanke, ich, äh, ich, ähm, beschenke mich einfach selber mit so einem iPad Pro, dieses große 12,9 Zoll, oder was das ist, und, äh, das hat zum Beispiel auch, also kann man ja nachgucken, das kostet 1200 Euro, und ich dachte mir einfach so, weil ich schon lange ein iPad haben wollte, obwohl ich weiß, dass ich das, das lohnt sich halt nicht, dass ich mir eins hole, aber ich dachte mir jetzt einfach selber so dafür, dass ich jetzt wirklich das Jahr so durchgehalten habe, dass ich wieder YouTube Partner bin, dass ich mit meinen Finanzen wieder komplett im Reinen bin, ich habe ja auch meinen neuen Steuerbescheid bekommen, ich musste da nichts nachzahlen, ja, es ist alles, in grüner Linie, es ist alles super momentan, habe ich mir gedacht, okay, jetzt gönn dir das einfach mal, du kannst es ja eh von den Steuern absetzen, und habe mir das einfach gekauft, so, und alleine, dass ich so diese Möglichkeit habe, das einfach zu machen, ist halt so heftig, so, weil wenn ich jetzt Erzieher wäre, und sagen wir mal, ich hätte nicht studiert, sondern ich würde arbeiten, dann würde ich vielleicht 1,8 netto bekommen, der, das wäre einfach, 3 Viertel von meinem Lohn würden für dieses iPad draufgehen, ich hätte einfach gar kein Geld mehr, und jetzt ist es halt, ja, ich habe es mir halt einfach gekauft und gut ist, so, da wird gar nicht lange drüber diskutiert im Endeffekt, und das finde ich halt so unnormal heftig einfach, was man sich wirklich durch YouTube so aufbauen kann, und das Krasse ist ja auch eigentlich, ich bin sowas YouTube und Verdienst und sowas angeht, ja, wirklich noch so ein mega kleiner Fisch, guck dir zum Beispiel eine Bibi an, ja, die hat ja letztens eine Roomtour hochgeladen, Alter, Digga, die hat so ein Riesenhaus mit irgendwie 3 Stockwerken, irgendwie ein Pool da drin, eine eigene Bar, eine Tischtennisplatte, ein Gymroom und so, und das ist so heftig einfach, ne, und die ist ja nochmal 10 Ebenen über mir, so, aber trotzdem bin ich so überglücklich eigentlich, wie das bei mir läuft und wie das gelaufen ist, und das ist einfach krank, so, ne, und ich muss auch sagen, also ich habe momentan, bin ich auch so top motiviert, einfach YouTube durchzuziehen, wirklich, das macht mir momentan halt wirklich einfach wieder richtig Spaß, so, ich hatte auch irgendwie vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, habe ich mir auch so gedacht, ja, so, der Spaß geht weg, so, weißt du, du hast halt ein Skript langweilig geschrieben, hast du das mit Order City aufgenommen, hast es geschnitten, weggeschickt, irgendwer anders hat dann Bilder drüber gelegt, dann hast du es hochgeladen, so, da war halt gar kein Spaß mehr irgendwie dabei, und, und jetzt, wo ich halt vor der Kamera stehe, macht mir das ja wirklich viel, viel mehr Spaß, so, ne, man hat richtig wieder die Lust auch einfach zurückbekommen, das Ganze zu machen, ne, oder auch, keine Ahnung, was halt auch natürlich mega cool ist, meine Mutter hat letztens so random mal so den Wunsch geäußert, oder hat so gesagt, ja, ich kaufe mir wahrscheinlich bald so einen neuen Fernseher, und dann habe ich ihr zum Muttertag zum Beispiel einfach einen neuen Fernseher geschenkt, also jetzt kein Riesending für 1000 Euro oder so, ne, aber der hat auch schon ein bisschen was gekostet, auf jeden Fall, der hat auch so LEDs hinten dran, auch mega nice, so, und das ist halt einfach richtig cool, dass ich halt einfach so random sagen kann, jo, ich kaufe meiner Mutter jetzt einfach einen Fernseher, ich gehe mit der einkaufen, und dann hole ich ihr das, so, auch das wieder ohne, dass mir das halt großartig weh tut, natürlich, der Traum wäre es natürlich, meiner Mutter irgendwie eine Eigentumswohnung zu kaufen, oder ein Haus oder so, bin ich noch ein bisschen weit entfernt von, aber was weiß ich, vielleicht irgendwann mal, ne, wenn wir jetzt langsam mal starten, mit dem Merchverkauf, dann wird das vielleicht was, ne, und dann gucken wir mal, aber das zum Beispiel ist auf jeden Fall so der Traum, ja, was man halt so auf jeden Fall erreichen möchte, ne, aber ich glaube, das ist bei fast jedem so, dass man das halt haben möchte, und, genau, ja, das ist halt einfach so mega krass, und dafür, für diese ganzen Sachen so, für dieses Privileg einfach, was ich habe, ich weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, und ich danke natürlich auch vor allem den Zuschauern, die sich meine Kack-Videos wirklich jahrelang angeguckt haben, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt so diese alten Videos gucke, wo diese Bilder da sind, dann cringet es sich bei mir einfach noch mehr zusammen als vorher, und wenn ich überlege, dass es regelmäßig, äh, hunderttausende Leute angeguckt haben, dann, also wirklich Props dafür, danke, dass ihr das auf jeden Fall durchgehalten habt, und natürlich auch generell danke an jeden, der halt natürlich meine Videos guckt, der mich unterstützt, der mir Twitch-Prime-Subs gibt, der mir sonst irgendwie, ja, finanziell was zusendet bei Streams oder sowas, also wirklich vielen Dank, ähm, ich weiß es halt wirklich zu schätzen, und ich bin wirklich überglücklich, dass ich halt diese Möglichkeit habe, bin natürlich auch froh, dass ich selber noch die Kurve gekriegt habe, weil ich glaube, wenn ich genauso die Videos machen würde, wie vor einem Jahr, dann glaube ich, äh, würde ich jetzt nicht hier so stehen, glaube ich, also dann wäre, glaube ich, einiges falsch gelaufen, und, ähm, genau, dafür auf jeden Fall, äh, ja, vielen Dank, ne, an jeden, der mich da unterstützt hat, ich finde das wirklich mega heftig, auch bei dem Auto zum Beispiel ist es so, ähm, dass fast jedes Mal, wenn ich einsteige, denke ich mir so, Alter, das ist, ne, das ist ja nicht mein Auto, es ist geliest, aber mit dem Auto darfst du einfach fahren, so drei Jahre, so, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist halt, dass immer Leute gucken, so, wenn du halt damit vorbeifährst, die gucken immer, jo, wer sitzt denn da eigentlich, und dann sitzt da so ein junger Typ, dann weiß ich auch schon selber, die denken immer so, ja, ja, von Daddy, auch ziemlich sexistisch, weil warum nicht von meiner Mutter, aber okay, ähm, das halt das, was nervt, aber so dieses Auto an sich, das ist halt, das ist so krass einfach, weil, wenn ich Erzieher wäre, das wäre auch, das wäre drei Viertel meines monatlichen Lohns, für das Auto, und da muss ich ja noch Miete, Essen, Freizeit, das wäre ja nicht drin gewesen einfach, und das ist halt so heftig, und ich glaube, wenn ich nicht YouTube gemacht hätte, dann wäre ich niemals im Leben so weit gekommen, dass ich dieses Auto da stehen gehabt hätte, und dafür wirklich vielen Dank, dass ihr mich, äh, so unterstützt, und dass ihr mich da, ähm, ja, halt einfach unterstützt habt, ne, dass ich das halt wirklich wahr machen konnte, ähm, das ist halt wirklich, äh, mega krass, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja auch zum Beispiel, wo ich noch Kontakt zu meinem Vater hatte, der hat mir auch mal so Lohnabrechnungen von sich gezeigt, ich habe ja gesagt, er arbeitet in einer großen Firma, der hat ja auch keine schlechte Position, ähm, und ich habe das halt gesehen, und da dachte ich auch so, ja, lecker auf jeden Fall, und keine Ahnung, jetzt verdiene ich halt deutlich mehr als er, so, und er ist irgendwie 30 Jahre in dieser Firma, ja, der war nie irgendwo anders, und ich mache seit, gut, ich mache theoretisch jetzt seit zwölf Jahren YouTube, aber ich lebe seit irgendwie fünf Jahren davon, oder viereinhalb oder so, und, äh, ja, habe einfach ein richtig krasses Auto, baue gerade ein neues Haus, äh, oder suche zumindest ein Grundstück, um das Ganze zu machen, ähm, und stehe finanziell einfach viel besser da, und das ist halt, das ist krass, so, ne, und wirklich, da bin ich echt dankbar, dass man einfach auch diese Möglichkeit hatte, so, das ist heftig, wie gesagt, die nächsten Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist auf jeden Fall der Merchverkauf, das ist schon mal, das erste, wo ich jetzt wirklich auch durchziehen muss, ne, wo man dann wirklich sagen muss, ja, jetzt ziehen wir da auch durch, und wir haben auch schon die Planungen fast beendet, uns fehlt, nur noch eine Sache, dann starten wir zumindest mit dem alten Merch, der verkauft wird, da werde ich da nochmal ein Video zu machen, ähm, genau, und Musik will ich jetzt auch mehr durchziehen, ne, auch mit, mit Twizy, mit Timo und Co, äh, da haben wir Bock, haben auch schon ein paar Projekte fertig geschrieben, äh, nehmen das wahrscheinlich auch diese Woche auf, auch da könnt ihr euch auf jeden Fall was gefasst machen, und ansonsten habe ich einfach Bock, wieder weiter durchzuziehen, und, wie gesagt, danke an jeden, der mir das ermöglicht hat, und, äh, hoffentlich sehen wir uns irgendwann zu einer Roomtour in meiner Villa, und bis dann meine Freunde, okay, thanks, bye, und bis dann,